Hallo und herzlich willkommen, ein herzerfrischendes Moin Moin aus der WoW-Landschaft hier anlang von dem Jahr des Jadetempels. Sauerstoff, ich brauche dringend mein Sauerstoffzelt. So, wir zu dritt hier, Glickner und Bergin, Hallöchen ihr beiden. Hallo zusammen, grüß euch. Und wir sind kurz vor 90, es dauert nicht mehr lang und dann hat hier nämlich der Zwiebelpeter seine Premiere. Ja, genau. Also ich habe jetzt 10% vom nächsten Level ab, das heißt ein bisschen was müssten wir schon noch machen. Und dann, genau, Premiere hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, ich war noch niemals in New York, was auch stimmt, aber ich war auch noch niemals in Draenor. Oder auf, ist das eine Insel? Ja, auf. In Auf Bay, wie auch immer. Das liest sich dann wieder wie die Karte eines Gourmet-Restaurants in Auf Bay an, unter. Genau, und deswegen freue ich mich da schon sehr. Also hier Pandaria, alter Hut. Kataklysum kannte ich auch noch nicht, weil ich die Erweiterung auch noch nicht hatte so richtig. Aber ja, auf jeden Fall Draenor, ich freue mich drauf. Geil. Super. Gut, nicht da schnacken, weitermachen, da können wir gleich mal gucken. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir unten ins Dorf der Perflossen zurück? Ja, würde ich sagen. Also quasi dann... Da können wir doch hinfliegen, oder? War ja nicht so ein Flieger, Heinrich. Ja, ja, etwas weiter hier so jetzt gleich links runter. Schlangenherz, da wäre glaube ich ein Flugpunkt. Ne, wir sind doch hier auch hergeflogen, oder? Ja, einmal nur im Wasser. Ja, aber wir wurden hierher geschickt, per Flug. Ach ja. Stabimmt. Jo, May. Stimmt. Ja, da können wir auch... Ne, halt, halt, hier ist er unten, hier ist doch einer. Ja, ich hab hier aber auch einen. Hier unten ist doch einer, Tempel der Jade-Schlange. Ja, ein gelber Punkt. Genau, ein gelber Bubz. Ein gelber Bubz. Ach, das ist so schön. Ich könnte einen Drachen zum Dorf der Perlflossen gebrauchen. Ach, das ist doch super. Siehste? Oh, hallo. Zack. Wollen wir mich mal direkt da hin, Mille? Fliegen wir. Gut. Epischer Musik. Ich komm zu Fuß. Wieso das denn? Ja, ich hab gedacht, hier bei dem Schlangenherz, da gibt's auch noch einen Flugpunkt, aber da hab ich mich wohl getäuscht. Du kannst jetzt, geh einfach weiter nach, ähm, zum Tempel zurück, Nico. Oh, da kann, da ist direkt ein Flugpunkt. Ach, Tatsache, jetzt sehe ich ihn auch. Bäh. Bedeutung. Verdumpf. Ach, und diese chinesische Geige, wie heißt die? Erhu? Was? Du bist da? Die Erhu, ja. Genau. Ist das eine Geige? Naja, nee, das ist ja so ein kleiner Knubbel, den unten so aus Klangkörper, und dann hat wie viele Seiten hat die? Zwei, eine, fünf, weiß es gar nicht. Wenig. Drei, weiß ich nicht. Drei? Aber was weiß ich. So, wo müssen wir denn hin, hier oben? Warten wir noch auf Nico. Ja, ich komme jetzt auch. Wir gehen schon mal zum Quest, Heini. Ach, der Sully hat wieder was, die Gurke. Ach. Hier haben wir, den hab ich den schon geliebt. Ups, Kaffee, Hilfe. Liebe. Glickler, Glickner. Glickler? Spiegelschreiter. Glickler. Glickler, ihr lieben Spiegelschreiter. Oh, wir können auch eine Quest abgeben da hinten noch. Oben hier bei dem. Wollen wir erst an oder ab oder wie? Erst mal warten auf Nico. Wollen wir erst mal warten auf Nico. Das ist eine gute Idee. Da kann ich nochmal einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Mh. Lecker. Genau. Urlaub ist nämlich viel für alle. Urlaub ist für alle da, ja. Oder? Nico, hast du auch Urlaub? Mh. Ja, doch. Siehst du, deswegen haben wir hier schön uns zur besten Kaffeezeit 14 Uhr heute mal getroffen. Ist sehr schön. Ist sehr geil. Ich hab keinen Kaffee mehr, so eine Scheiße. Eieiei. Auch in der Maschine nicht oder nur in der Tasse nicht? Ne, in der Maschine auch nicht. Mein Kaffee ist leer. Ich hab vorhin die letzten Kaffee aufgeschüttet. Nein. Ich bin da. Achso, ihr habt die Quest abgegeben, ne? Nein, noch nicht. Wir haben jetzt erst mal nur angenommen. Ne, ne. Erst mal nur annehmen. Hier oben können wir jetzt abgeben. Achso, ah, okay. So rum. Genau. Die Allianz wird sich durchsetzen. Nehmt die Hosee mir hier. Hoppel, 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 hoppel. So. Hoppel. Vergesst nicht, dass der König auf uns zählt. Die Allianz muss sich durchsetzen. Ich hab komplett vergessen. Hallo, Gisela. Jetzt müssen wir wieder mit irgendwelchen Typen sprechen. Ach, wir müssen die, äh, die Rekruten der Perlflossen herausfordern. Fordert eine Rekruten heraus, ja. Ja, und gefangenen Hosen und unterstützt den Verwundeten der Perlflossen. Komm her, ich mach dich, ich nehm dich doch als Lunge hier zum Mittag. Du Wurst. Hilfe. Bin ich hier runtergefallen, ey. Wie, wo bist du hin? Der macht da schon alles, halt. Ich komme dir zu Hilfe. Ne, wir sind schon fertig. Na ja, ein Schritt weiter noch. Wir müssen noch den anderen, äh, den Gefangenen Hosen beziehen. Ja, aber ich mein, hier, die Quest ist ja jetzt vorbei mit den, mit den Rekruten. Ähm, jein, äh, noch nicht ganz. Also, ne. Könnt ihr das wiederholen? Was ist denn mit die hier? Die hat ein Ding über dem Kopf. Was hat die auf dem Kopf? Das ist eine Sprechblase. Ich kann nicht tun, um zu helfen. Eine Sprechblase. Ja. Ach so. Stimmt. Hier, warte mal. Mal eben die Verletzten angrapschen. So, hier ist Verletzter. Das muss jeder für sich machen, da ganz toll. Der nächste Verletzte. Und hier, so, steh auf und wandle, Lazarus. Äh. Ja, drei von drei. Und dann müssen wir noch bezwingt den Gefangenen Hosen, der ist ja da hinten. Oder wollen wir hier die zwei zuerst machen? Getriebeteile mit Wasserschaden, weil da könnten wir einmal so im Kreis laufen. Ja. Lass uns mal im Kreis laufen, ist auch schön. Okay. Husten im Duett. Ja, genau. Ey, nein. Oh Gott, ich schwimme. Was machst du denn? Fällst du da mitten in die Pfütze da rein? Ja. Mann, ey, ich komm von der anderen Seite jetzt. Ach, Mäuschen. Kesseln wir sie ein, ja? Ja, genau. Okay. Wir kesseln sie ein. Ach, das Nebel, das ist gar kein Wasser. Und ich bin jetzt schon am Springen, wie so doof. Oh Gott. Das wird dir bei Dings auch noch sehr gut gefallen. Bei The Vision mit dem Einkesseln. Yay. Oh, entkommen? Warum entkommen? Spinnt der? Ich brauche ein Ziel. Warum? Die Geister müssen wir da gar nicht machen. Ja, der hat sich gerade nur... Wo ist Nico überhaupt? Scheiße. Der hat sich gerade nur angetriggert gefühlt, der Junge. Ach so. Ach da. Ähm, warte mal, wo ist denn die Hose gewesen? Hier. Hier in die Richtung. Sisway. Sisway? Yes. Hier so. In diese Wege-Richtung. Wieso sehe ich euch denn nicht? Ey, ihr taucht doch einmal mitten bei mir wieder in der Umgebung auf. Hier auch. Leckt hier wieder, oder was? Wer leckt? Wer leckt? Wer leckt, muss abwischen. Wie war das? Nur wer leckt, wird auch geblasen. Was? Oh, schönes Ding. Badum. So, wie sieht's bei euch aus? Zwei von vier und drei von vier. Jo. Kommen Sie zum Sterben, junger Mann. Äh, drei von vier und hier hinten haben wir auch noch einen. Oh cool, da kann ich nur was looten. Drei von vier und da unten ist noch einer. Na, hier haben sie auch einen. Wart groß wird wirklich schnatzt. Okay, ich hab alles. So, vier von vier. Vier von vier. Ne, ich hab noch nicht alles. Warte, irgendwas fehlt noch. Jo. Hatte? Jetzt hat sie. Hatte. Hatte alles. So, dann mal so eins. Genau. Ich find die Soundkulisse hier in diesem Dschungel auch so geil, wenn man da mal... Das ist echt, guck mal. Das ist episch. Das fand ich bei The Revenant auch so genial. Hast du den schon gesehen? Ne. Den Film? Ja, den Film, genau. Oh, das ist... Den müsst ihr euch angucken, echt. Also, allein schon diese... Es wird teilweise relativ wenig gesprochen, auch in dem Film. Also, phasenweise wirklich lange Zeit nicht. Und dann... Oder auch so bei einigen Szenen. Du hörst... Es gibt auch wenig Musik am Anfang. Und du hörst dann einfach so, wie der gesamte Wald morgens so... Oder halt... Also, wie der so ist. Wie lebendig der Wald ist von den Geräuschen her und so. Ey, das ist so eine Hammeraufnahme. So eine Hammer-Soundkulisse in dem Film. Das ist echt geil. Wer quatscht denn an? Ich hab schon. Ich hab schon. Müssen wir jetzt machen? Müssen wir die jetzt kloppen? Der kommt da unten. Da unten. Ja, genau der. Ach so. Na ja, dann... Da hab ich hier ne Chance. Und fertig. Die Wurst. Geil. Der, äh... Das war echt ne Wurst, ey. Komm, wir wieder zurück reiten. Geil Kinderwurst. Okay, reiten wir gleich zurück oder reiten wir erstmal hier zu dem Obstgarten? Ja, wir reiten zurück. Okay. Können wir erstmal abgeben? Obstgarten. Finanziert durch Produktplatzierung. Nicht. 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 Nicht, dass hier gleich wieder jemand irgendwie sich auf Schlips getreten fühlt, weil das dann eben nicht so ist. Verstehst du? Mh, 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 mh. Ding. Widrigkeit. Unser Spendiger wegleit. Was ist denn jetzt hier am Start? Ah, da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Wo? Da. Hier. Lehren, super, ciao. Dafür hab ich genau das richtige Werkzeug. Ach, da. Scho, Scho, Erbstücke, Scho, was, wo? Hallo. Ach, jetzt müssen wir Michi anquatschen. Richtig. Am Schrein der Familie, Scho. Scho. Platziert. Wie geht's uns denn heute? Ich bin bereit zu gehen. What? Oh, wow. Yeah. Im Stereo am Fliegen hier. Stimmt. Wusch. Wusch. Einfach. Schwimmen. Händchen halten. Fliegen zum Ziel. Echt geil. Ja, ich sag jetzt nicht, dass der Nico in mir drin ist. Ach, das ist mir so warm. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er fast wieder raus. Jetzt ist wieder eine dieser Folgen. Jetzt ist er wieder drin. Juhu. Ja, ist halt immer ein rein und ist egal. Lassen wir das. Oh mein Gott. Und sonst so, wie geht's euch? Also, mir geht's grad richtig gut. Du fühlst dich grad mal so richtig wohl. Jaja, also super. Das ist super. Wo fliegen wir jetzt eigentlich hin? Ach so, guck mal, dann kommen wir davon auch südlich zu dem Obst. Einigen. Äh. Sprech mit Schauer, den widerspenstigen Obstgarten. Der ist genau südlich von dem, wo wir jetzt... Ach so, aber jetzt sind wir ja hier oben. Mitten auf dem Hügel. Richtig. Richtig. So, mal eben hier das Ding platzieren. Ah ja, genau, platzieren. Äh, oh scheiße, das ist nicht der Schrein. Ne, der Schrein ist hier unten. Der hier. Das ist der Schrein. Hier. Hier? Jo. Tatsächlich. Pflanz. Kackazin. Kackazin. Oh. Oha. Oh, so verschwommen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ups. Kommen die verrückten Hosen. Vielleicht tote Hosen sind. Hier muss eine Nachricht verborgen sein. Welches Schicksal hat der Kaiser vorhergesehen? Wie wird sie wegen der Schulze? Ah! Rrrr! Rrrr! Oh oh, tja, wenn's weiß ich, wenn's weiß ich streiten, vor Ort sich der dritte, wa? Wie immer. Ja, wa? Sehr geil. Krasser Scheiß, ey, jetzt flinkt der alte Sack da rum, da. Ja, und verschandelt die Landschaft. Wat für'n Arsch. Warte mal, ich muss den mal in fotografieren, Moment. Geht mit geöffnetem Augen. Was für eben Kamera raufholst. Ein Augenblick. Kannst du mal lächeln. Ne, warte, alt Y. Und jetzt einmal ein Screenshot. Zack. Basta und fiese Möpp, ey. Ja. Ba. So, wat mogwi nu? Äh, die Dings, die Risse versiegeln. Ja, wenn hier Quest angenommen, dann mit Mischi runterfliegen. Ich wollt grad sagen, mit Mischi, ne? So, Queste. Ach so. Oh, jetzt müssen wir hier, ähm, wieder Luftangriff. Ne, nicht wirklich. Ach doch, stimmt, hast recht. Richtig, ja. Doch, doch. Ue. Auf die, äh, kleinen weißen Flächen da so. Was für weiße Flächen. Ach, da. Jasman. Portalovic, Versiegelung. Das lädt immer noch auf. Ich seh kein Portal, ey. Da sind die weißen Flächen. Unten auf dem Boden. Äh, zu spät. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Ach, Mann. Was ist denn? Ich will, immer wenn ich drauf schießen will und die kurz vorm Einschlag sind, dann sind die weg. Furchtbar, ey. Muss das wieder jeder für sich machen, ne? Ja. Ach so, okay. Oh, oh. Grüße. Jede gute Geschichte verlangt nach einem Elf. Oh, jetzt gibt's hier nochmal drei Quests. Pandaria heißt euch willkommen. Krass, erwidert Licht, die auch gleich ein anderes geworden ist, wa? Oh, fertig. Also sieht gar nicht mehr so freundlich aus, sondern alles eher so bedrohlich und grau jetzt. Geil gemacht. Wo seid's denn hier? Ich bin am Fliegen. Ich hab noch ein paar Portale, die ich nicht, äh... Ach so. Ich bin fertig. Wo bist du? Ach, da ist er. Schwupp, kam der Nico aus dem Nichts. Da ist auch noch eins. So, noch drei. Komm jetzt. Eliteviecher platt machen. Ja, aber nicht so einfach draufhauen, sondern mit dem... Ja, ja, mit dem... Schoßfeuerwerk. Genau. Glaub ich. Ja, 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 ja. Oder? Nee, gar nicht. Nee, Quatsch. Nee, 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 nee. Dafür müssen wir so solche kleine... Genau. ...se Schaasechos, die müssen wir töten und dann... Genau, aber die großen müssen wir auch machen. Das ist der Notfall. Nee, das ist mitten ins Herz. Also pass auf, wenn wir die kleinen töten, die droppen, was von... Womit wir die dann mit den großen da irgendwie was machen müssen. So, komm, einer noch. Super. Grüße. Möge die Jardeschlange euch führen. Ja, das wird sie. Perfekt. So. Mieten in der Terz und der Notfallplan. Und negative Konsequenzen. Genau. Äh, richtig. Gut. Da können wir jetzt hier auf dieser Insel ja so tüddeln, ne? Ja, genau. Genau. Oh, guck mal da. Kommt schon einer freiwillig angerannt. Aber um die Elite-Viecher werden wir ja auch nicht rumkommen, wa? Ach nee, bin ich bescheuert. Nicht die... Nee, warte mal. Hier liegt irgendwie was rum. Irgendwas grünes, mäßiges liegt hier rum. Das müssen wir einsammeln und dann auf die Elite-Möpsel anlegen. So ist richtig. Okay. Hoffe ich zumindest. Ja, hier hinten liegt was. Hier liegt irgendwie so ein grünes Zeug. So Kristalle. Die müssen wir dann aufnehmen. Genau. Benutzen. Kann benutzt werden, um Scharrückstände zu schwächen. Richtig. Dann machen wir das doch mal. Jo, mach mal. Ich muss näher ran. Sehr gut, sehr gut. Jo, wunderbar. Kaputt. Ist er kaputt? Ja. Kaputt. Hier hinten liegen auch noch so ein paar grüne Dinger rum. Ich weiß nicht, stacken die oder kann da immer nur jeder einen mitnehmen? Oh, ich glaube, die stacken. Okay. Sully liegt hier. Du Scheiße. Wer liegt da? Sully liegt hier. Oh. Sully die Gurke. Genau, Sully die Gurke. Was macht er denn da? Urlaub. Naja, das sieht nicht unbedingt nach Urlaub aus, so wie er hier liegt. Wo denn? Ach, da. Oh. Streckt da alle Viere von sich. Dann müssen wir das Feuerwerk benutzen. Richtig. So. Ich habe hier noch so einen roten, äh, grünen. Ja, hier hinten liegt auch noch so ein grüner Pfiff hier rum. So, dann muss ich mal den. Oh, ähm. Ich glaube, Billy, du musst das auch nochmal machen hier mit Sully. Wo ist der denn? Hier, da, wo ich stehen tue. Da, wo du stehen tust? Warte, ich komme mal gleich zu dir. Ich helfe mal eben das Zwiebeltschen. Raus zu mir. Alles gut. Äh, wo du stehen tust. Der liegt da hinten irgendwo in der Ecke rum. Da müsstest du auf deiner Map auch so einen Kreis drum haben. Ja. Ich guck mal eben gleich. Hier ist noch so ein grünes Möppelchen. Kleiner Scheißer. Hm. So. Die zählen aber für euch auch mit, ne? Die, 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 die zählen, die zählen, ja. Okay. Ich habe kein Ziel. So, gut. Jetzt müssen wir nur noch die Leute retten. Ja. Und danach sollten wir auch folgend Ende machen. Wir sind schon bei 22 Minuten. Mischbar bei euch auch gedingst? Ne, das muss jeder für sich alleine machen, leider. Okay. Ja. Weil bei der stand ich gerade. Okay. Jetzt müssen wir mal eben kurz nach Sully gucken. Ja, die siehst du kaum da unten. Wenn das so glitzert manchmal, die liegen auf so einem weißen Untergrund. So, und Sully war doch auch irgendwo... Finish. So, finish. Finish him. Schau, also ich muss nochmal eben zum Sully. Der ist da hinten. Zahle, wo liegst du und dann, ey. Hallo. Ah, da. Können wir in der nächsten Folge dann abgeben. Okay. Beziehungsweise, solange Billi noch nicht da ist, können wir ja mal abgeben. Wie geht's uns denn heute? Oh, jetzt bin ich hier noch von einem Anja quatscht worden. Lebt wohl. Geht mit geöffneten Augen durchs Leben. Oh, kommst du klar, oder? Ja, ja. Okay. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kein Stress, alles gut. Genau. So, komm ich mal zurück. Jo, mock dat mal. Boah. Was heizen ihr, Alter? Oh, Blume? Beim Quest, Heini. Blume. Wo ist die Blume? Ich hab da hier eine Blume gesehen. Ah, da. Da geht's schon wieder los. Oh, mei. So, und jetzt komm ich zu euch zurück. So, alles klar. Geben wir ab? Jo. Jo. Jo, nee, 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 du hast doch gesagt nächste Folge. Nee, ich hab doch gesagt, ich hab ja abgegeben, nur noch nicht annehmen. Ach so. Ja, das wird bei, bei, äh, Billy aber ein bisschen schwierig. Okay, na dann, äh. Mach ich das in der nächsten Folge. Jo, dann mach mal Schluss, Nico. Jo. Alles klar. Gut, bis hierhin. Dankeschön fürs Zugucken. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr möchtet, ihr müsst es aber nicht, ne, lasst gerne ein Abo da bei den beiden. Zockerrübel wie auch Zwiebelpeter. Dankeschön. Und, äh, ich sag schon mal Tschüss und übergebe mich an die anderen beiden. Dankeschön. Jo, danke für die Übergabe. Vielen Dank auch von mir und ich sag bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Tschüss, Sikowski. Genau, meiner, einer auch. Bis zur nächsten Folge und übrigens, äh, nicht nur bei uns beiden Abo, sondern auch beim Nico. Auch wenn er hier WoW nicht aufnimmt, macht er sehr viele coole andere Videos. Also unbedingt mal reinschauen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.